Öffnen Sie Roland VersaWorks und laden Sie die Datei, die Sie drucken möchten. Klicken Sie auf Job-Einstellungen und wählen Sie die Einstellungen wie gezeigt. Achten Sie darauf, dass beim Menü Qualität das Forever Solvent Dark Profil ausgewählt ist. Klicken Sie auf das Drucken-Symbol. Die Motive werden gedruckt und anschließend geschnitten. Entfernen Sie zuerst die Innenteile der geschlossenen Buchstaben oder Motive. Platzieren Sie die Übertragungsfolie Solvent auf dem Motiv. Reiben Sie mit einem Kunststoff-Rakel so lange, bis die ganze Folie gut an der Übertragungsfolie Solvent haftet. Entfernen Sie das Trägerpapier von Forever Solvent Dark. Entgittern Sie die unbedruckten Stellen. Jetzt ist Ihr Transfer hergestellt. Legen Sie das T-Shirt in die Transferpresse. Platzieren Sie Ihr Transfer auf dem T-Shirt und pressen Sie für ca. 3 Sekunden mit hohem Druck bei 180 Grad Celsius. Danach können Sie die Übertragungsfolie Solvent abziehen. Pressen Sie mit hohem Druck bei 180 Grad Celsius für ca. 30 Sekunden. Versen Sie mit hohem Druck. Dannach können Sie die Übertragung bei 180 Grad Celsius für ca. 30 Sekunden. Dannach können Sie das Pfeil auf dem T-Shirt und hohem Druck. Dannach können Sie das Pfeil auf dem T-Shirt und hohem Druck aufnehmen. Lass sie ihr innen, wenn, das Nase ist zu ca. 30 Sekunden. Dannach können Sie eine Umgebung für ein paar Jahre. Die Umgebung von Druck zu ca. 30 Sekunden. Vielen Dank.